soo, da sind wir wieder los gehts oh hanno hanno oh mann o ah, das war grad richtig mystisch, das ding ist einfach so kaputt gegangen und ich gewusst dieses wasser an der wand hier, sieht einfach aus wie so ein schleim oder so das ist Schleim er ist es schon der gesagt oder der Leck des Zorns so hat man das natürlich das ist ein bisschen aus die Flasche an der Seite stehen lassen und ich hatte sowieso nicht vor dir abzuschießen ich glaube nachher ganz nützlich so ach das ist eine Stufe 6 ah bin ich blind alter ah mein Kopf juckt ganz Köpfchen juckt die kommen hier einfach von oben runter gesprochen ich glaube es war auch einer der der als wir noch Stufe 6 waren etwas stressiger war damals vor ungefähr 3 Stunden Spielzeit oh Junge Junge 4 Stunden Spielzeit habe ich jetzt schon ich habe jetzt schon 6 das ist eine offizieller Suchti du darfst jetzt wahrscheinlich offiziell den dem Resident Evil Entwickler Team beitreten ähm ja natürlich ach lass mal dann diesmal die Zombies töten ja hab ich vor aber wo ach da alles klar ach da alles klar ich glaube sagen das hat sich gereinert ja ich habe irgendwie durch den Zombie durchgeschossen 35 von 35 Gegnern oh nein warum bin ich gerade drüber gelaufen loll ich habe das Level beendet krasser ja ich habe die Münze geschlagen riesiges Bieter Abspiel Alter ah alles klar ja kein Krautabzeichen ich habe gerade mein Krautabzeichen gelesen Dankeschön das kriegst du das Spiel prägt mich schön hier hinten irgendwas mit äh weiß ich nicht ich kann ja nicht lesen was da steht so also Waffen gehen bis 100 Waffen mit Stufe 100 können über die Spielflexifikation hinaus verbessert werden Spielflexifikation ich habe nicht genug Lagerplätze das ist so ein Scheiß warte ich lass mal alle Teile bewerten das kann jetzt ein kleines Stündchen dauern kleines Stündchen weißt du kleine Stündchen sind so 45 Minuten das war ja kein großes Stündchen ja ja ich merke schon ich merke schon vor allem wenn ich das jetzt alles mache die alle bewerten lasse dann ist es gleich mal Waffenlager voll ich habe immer noch 213.000 du hast 213.000 ich habe mir relativ häufig Sachen im Shop da gekauft ich auch ich habe 60.000 60.000 nur ich habe mir irgendwie mal eine richtig teure Waffe da gekauft ich glaube meine Shotgun kann von da ich kaufe mir jetzt eine Anaconda X verkaufen genau da kann man nicht oh die Shotgun sieht ganz cool aus kaufen wir auch mal machen wir mal hier den Money Rain Money Rain? Junge ich lass richtig das Cash flauen ähm ähm so so gleich haben wir es dann auch mal ob Missionen wir haben Mission 6 von 1 überhaupt nicht gemacht alles klar Mission abgeschlossen wollen wir mal machen? mache ich gerade wunderschön bestätigen empfohlene Stufe 4 ist natürlich optimal für uns oh man ja wir müssen gleich mal was Schwierigere spielen geht ja nicht geht ja nicht ach geht wirklich nicht? nein oh man alter also geht schon aber äh es bringt uns nichts wir spielen jetzt die Anfangsfalle auf schwer ne? nicht mehr äh wieso haben wir die äh was? können wir auch nicht mehr haben wir auch schon fertig irgendwelche anderen auf schwer? zu wenig nein wir haben zu wenig abzeichnen um weiterzumachen da sieht man wieder dass wir richtige Speedrunner sind weißt du? also halt uns ja Speedrunner hauptberuflicher Speedrunner ja zwei AK Kugeln das ist natürlich halt das ist halt balanced ne? warum hab ich so viele solche lags alter? was ist hier los? das äh das äh liegt wahrscheinlich an ein bisschen an frebsimepsi ja das ist die beste äh niedliche Form von frebs frebs alles klar wir essen heute frebs essen nicht trinken hört's hier an wie so'n wie so'n rauchen etwas falsch au- nein etwas falsch ausgesprochenes frappee wie meint ihr damit eigentlich? also frebs krebs weißt du? da fehlt nur da fehlt nicht viel mit deinem Rohr ja sorry du Pisser ja ok wir müssen hier regeln oder auf der Straße? hehehe bei Resident Evil 101 hehehehe ich glaub es gibt nicht mal PvP nee als würdest du was geben ja wir laufen die ganze Zeit im Kreis können wir mal mal auf damit hören äh auf damit hören schön auf damit hören na alles klar Grammatik 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 bei Yoda ich will hinter hm hm ok Deutschlehrer dir sehr hoch ansehen das ich weiß hehehe so ich weiß antworten sind meistens einfach die größten Hurensohn antworten oder ok irgendwer erzählt dir einfach so was spannendes was er gestern gemacht hat und er so ich weiß hehehe hehehe weil ich finde ok ist noch schlimmer wenn man dann immer so das Zeug immer so von ja eigentlich hab ich dir gar nicht zugehört aber irgendwas muss ich hier antworten ich werde er wechsel jetzt mal die Richtung dann laufen wir uns immer entgegen cool solange dass wir den äh Schuss hier haben so und wenn du hier Kräuter einsammelst ne ich schäm mich für dich äh benutzt er wird er wird natürlich ein Kräuter hä ich hab ein Kräuter benutzt du äh was ja mich hat so ein hässliches Vieh an du Tschüss ja mh ich hab gedacht wir sind hier auf Kräuterentzug naja ich hab halt Entzugserscheinungen und ich konnte nicht gegen ankämpfen ja ich versteh alles fängt an zu zittern die Sicht verschwimmt Tiefen und Schärfe geht hoch das Anti-Erne-Leising geht runter ja oh Junge warum machst du immer das Level fertig oh Scheiße das ist so ein Geflex weißt du weißt du da ist so die so kick mich wenn's diese Münze so guck dir einfach so ins Gesicht und sag mir kick mich oh kein Krautabzeichen oh ich hab kein kein Krautabzeichen ich hab gar kein Abzeichen bekommen Scheiße 1 hab ich bekommen fürs abschließendes Level kannst du mal gefälligst gucken ob wir jetzt irgendwas tolles hier von uns mit unseren Abzeichen haben ob das jetzt vielleicht schon ausreicht oder so ja ich gucke mal also ich muss jetzt raus aus diesem Löchlein Optimissionen die brauchen wir nur ok wir brauchen das Doppelte von denen die wir jetzt sollten was Alter so kann man natürlich auch Zeit schinden oh Junge als ob dann spielen wir die Hohen nochmal und versuchen da Abzeichen zu machen ok ok sie haben 56 Abzeichen wie viel brauchen wir? mhm 125 oh mein Gott alter also äh die nächsten schweren Missionen schalten wir ab 72 frei aber das sind halt auch noch nicht neue aber aber es ist schon mal etwas ab Level 72 ne nicht Level 72 72 Abzeichen oh nein warum suche ich genau das aus alles klar das ist das ist Schicksal ja die Resident Evil steuerung ist halt einfach zu gut weißt du da muss man sich sowas einfach geben ich hab gesagt was schweres ja jahre das ist das schwerste was wir grad machen können Junge ne da können wir die anderen nicht einfach nochmal spielen jaaa aber das ist schon schwer und das ist das schwerste ja ist doch egal das ist jetzt das schwerste was wir spielen können das ist ja das schwerste was wir spielen können, was wir noch nicht gemacht haben. Schwer Act 1. Also wir haben es schon gemacht. Aber spielen wir das dann nochmal? Weil wir Abzeichen brauchen? Alles klar. Hier rutsch. Ich bin auf WoW hinzu. Ich bin doch nicht. Manchmal sitz ich abends vor meinem PC und denk mir so eine Runde WoW am Abend. Das wär's jetzt. Das muss ich mir gleich auch nochmal geben. Ich hab nur noch drei Tage. Ja, aber du hast noch eine weitere Aufladung, die du... Ja, deswegen. Ich bin da ja sehr... Flexibel. War ich auch. Bis ich dann beim Evan irgendwann random gesagt hab. Eigentlich? Aufladung wär geil. Also, ich mein, es gibt natürlich noch so eine Suck-Life-Option. Wir holen uns einfach noch eine Aufladung mittendrin zwischen Ostern. Alter, das wär so krank. Alter. Oder ich warte jetzt erstmal, bis du deine scheiß Aufladungen aufgebraucht hast und dann können wir uns vielleicht einmal eine Aufladung zusammenholen, dass wir das vielleicht einmal koordiniert zusammenspielen können. Ja, kein Ding. Weil, irgendwie haben wir die Aufladungen ja jetzt immer mindestens 10, 12 Tage versetzt. Ja, wir können ja... Also, mein ist ja jetzt bald vorbei. Und dann würde ich auch erstmal eine kleine Pause machen. Also, weil dann hat man einfach mehr Bock, weißt du. Es lohnt sich nicht, die immer direkt nacheinander zu holen. So sehe ich das. Ja. Aber, man merkt erst, wie es einem fehlt, wenn man es nicht mehr hat. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Vor allem, wenn es halt so 10 Tage oder so sind, dann denkt man so, oh, jetzt so eine kleine Runde wäre weh. So ein bisschen durch Ezra's nach. Wir reden einfach wie so richtige, richtig Drogenabhängige, Alter. Ich kann auch ohne... Ja, es fängt halt mit Zittern an, nun. Hört mich nur, ähm... Halluzinationen auf, weißt du. Ja, ich... Leu, was war das? So ein Blitzvieh. Manchmal sitze ich einfach in meinem Bett und weine. Oh, Mann. Ey, wir können ja verhalten, hier, wir könnten noch WoW aufnehmen. Ja. Ähm... Also, das ist doch richtig crazy, wäre natürlich ein Charakter hochziehen, ne? Ah. Ja, Jan, ich hab gedacht, wir warten. Ja, dachte ich auch. Hab ja noch nichts gemacht, Mensch. So, ja, aber jetzt... Fahr mich doch hier nicht gleich wieder an. Jetzt soll ich auch mal ne Anaconda raus. Mein Anaconda, so... Ich hab auch eine Anaconda. Stufe 21. Ey, die ballern schon ziemlich, ne? Auf... ja, auf Stufe... Oh, Leute, ich wollt grad auf dich schießen, aber du warst so schnell. Gotta go fast, Alter, mein Trick. Ey, ich schwöre dir an Anaconda, musst du fast casten. Man... man nennt mich auch Sonic. Nennt mich auch Sonic. Ich will eigentlich nen Carsten-Witz machen, aber... Äh, den musst du casten. Was? Junge, siehst du das Einschussloch, Alter? Wait. Huh. Ne, ich seh kein Einschussloch. Vielleicht hab ich die ausgestellt oder so. Bist du dumm, Alter. Ich hab keine Einschusslöcher. Haben wir jetzt alle Zombies gehabt? Ich schon. Ja. Ja, Junge. Oh, Junge, ich hab richtig die krassen Abzeichen bekommen. Das war crazy. Mit... Oh, ich hab sogar ein Silber-Abzeichen. Wie geht das denn? Hey, die anderen sind glaub ich Gold, die anderen. Oh. Aber ich weiß es nicht. Aber es kann natürlich sein, dass die auch besser sind. Ähm... Ich hab glaub ich ne neue AK-In mit... Na, grünen Schallplatte, die... Ich weiß nicht, grünen ist glaub ich ab 21... Äh, ab 20 oder so, ne? Kann das sein? Ich weiß nicht. Weil ich davon ja sehr wenige hatte. Das sind irgendwelche... Oder sind irgendwelche Special. So... Ja. Nee, Stufe 13, WTF. Stufe 13... Das ist dann irgendwie epischer Gegenschön oder so'n Kack. Oder grün ist dann, wenn man's nicht mehr gebrauchen kann und dann... Gelb, die, die man... Weißt du... Rot, die, die krasse... Ich hab dir grad nicht zugehört, aber... Okay. Okay. Sie machen ja eben schon. Ja, ich war grade konzentriert auf, äh... Auf, ähm... Ja. Okay. Auf... Mein Internet Brau- Brauser. Yeh... Okay, geht klar. Auf dein Browser. Ja, ich wollt nämlich jetzt wissen, wie diese hässigen Viecher heißen, aber... Du könntest jetzt... Wir könntest jetzt auf das nächste Game machen. Achso, ja. Wir können noch no, no Heroes of the Storm spielen. Oh Gun, ho, 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 ho. Oh, 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 oh mein Gott, ja, 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 cool, ja, cool, ja, cool. Geh nur weiter. Hä? Wo mache ich den Roboter? Da mache ich den Roboter! Iiiihihi! Ja, das geht halt richtig ab. Oh scheiße, Alter.